Herzlich Willkommen zurück zu wassuuuup Geile Begrüßung Und ich glaub ich geh schon grad in das letzte Level Kann sein das hier hinten noch was ist aber Ins Cursed Castle geh ich Oh my fucking G Hauder hat auf jeden Fall geile Mugga Das klingt doch nicht cool So ich weiß immer noch nicht wie ich die Türe aufkriegt da mit diesem S von SS nein Sieht aus wie ein Blitz Und hinter mir ist schon wieder so ne Mauer Scheiße Hier sind hier Geister Ja es ist ja auch das verwunschene Schloss Ah und wenn es die Kugel trifft dann geht erstmal nichts kaputt Und wie lange? Bis ich das Gegengift gefunden hab oder wie? Jetzt geht's wieder Aha Puh Die Kugel ist schon verdammt schnell So Wow 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 Und heute werd ich mir besonders viele Leben kaufen Ich weiß nicht hab ich nicht so ein gutes Gefühl Wenn das schon so los geht Ja Scheiße Hier ist schon mal ein Leben So ist jetzt nicht mehr viel Das erste Level scheint immer einfach Und denkt ihr so äh Würde so vorlegen Boah Das ist ja voll einfach Brauchst dich nicht anstrengen Aber am Ende Ja Verkackt man's Was So Was zur Mother Hell Äh Da hinten sind zwei Gegner Ach du Scheiße Was ist mit dem denn los Alter what What is going on Haha Wurde trotzdem getroffen Hahaha nochmal Los Alle guten Dinge sind drei Ja Fick Fick Ficke die Fick die Alter Ich noch ein bisschen schneller Alter Jetzt geht doch rein That's what she says Alter, das kann man nicht schaffen Jetzt geh doch mal dort hinter Alter, hier hin sollst du Alter, und die Gegner sind ja mal der reinste Abfuck So Ich hab gar nicht gesehen, aus welchen Glöcken da überhaupt diese Geister und so kommen Ach, aus den großen Tätten Natürlich treff ich den Geist Natürlich Die Spannung ist grad ziemlich hoch Die war auch sehr erwartungsvoll Und jetzt nur noch ein Block Und der wird jetzt Ach nein, die da drin auch noch Da müssen sich ja alle drin Das ist ja dumm Tja Verzweifelt im zweiten Level Ja, kannst du mal bitte weggehen Danke Jetzt hört doch mal auf euch rumzuteleportieren Das ist keine coole Fähigkeit Wow, ich hab nie mit eingebracht Ich bin so cruel Das ist jetzt der Enderman für Arme Bitte, was? Was? What? The fuck? What? 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 Was ist das denn, bitteschön Eine Krone für 10.000 Alter Was geht denn mit euch ab? Alter Was ist denn los da? Alter Was war das denn? Wie sollen wir die denn bitteschön bekommen? Ich hätte jetzt ja Ich hätte jetzt mal so maximal 3.000, 4.000 zusammenbekommen Aber doch 10.000 Alter Fuck my life Aber mal so richtig Derbe anal Ja Das war ein Ausspruch Ach, das sollte Ah, soll das Bierkrug sein? Sieht zumindest so aus Weil Es war ja oben noch Weiß Und unten gelb Das Könnte man jetzt auch mit etwas anderem verwechseln So Der Gegner sende ich auch mal Fuj Genau Lassst du bitte noch schneller? Bitte? Das kann man Das kann man Dann einfach nicht mehr kontrollieren tipptopp jetzt geht's los das Bier ist gleich alle getrunken gleich habe ich eine Begründung warum ich so schlecht spiele einfach nur weil ich total besoffen bin das ist eigentlich immer meine Begründung ich spiele immer total betrunken deswegen bin ich auch manchmal so gut einfach nur in diesen Spielen ja, Alkohol ist doch eine Lösung ich habe nicht aufgepasst alter so, der trifft der trifft und der nicht natürlich nicht das ist immer dieses Last Block Standing was heißt so oh, Alter ey, jetzt wird das Let's Play hier 8000 Jahre länger durch diesen einen Scheiß Block das ist immer der letzte Tropfen in der im Biergrube drin ist oh, mein Gott, ey Alter ich schneide das gleich raus ey, du bist ein jetzt sage ich, du bist ein Scheiß-Hurensohn tut mir leid an alle, die das nicht erwartet hätten dass ich solche bösen Wörter kenne aber ja mein Gott, ey jetzt sind die Ideen ausgegangen diese Teleport-Spaß die ist noch komm und das jetzt 11 Level lang oder 13 oder kein Plan, wie viel Level das hier hat ich verstehe die Teleport-Typen nicht ihr seht aus wie diese Spielerhalter aus Magica aber ihr könnt euch teleportieren und habt keinen Zauberschab in der Hand nee Zauberstaben da that's what I said irgendwie kann ich hier nichts mehr machen der Ball hat uns verlassen sagte er und der Ball kam wieder wow, Alter oh ja genau, ey jetzt räume ich aber auf, Alter jetzt jetzt geht es los ja oh Gott sei Dank Gottfried sei Dank oh ja 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 das soll ein Schloss darstellen ich bin zu intelligent, Alter ich weiß das einfach ich dachte jetzt schon in den Kisten die Geister mit drin dann wäre dann ja 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 ich bin mach doch mal was offentliches ja echt toll verläuft, das Level aber es war nicht es ist halt nicht so ein Assi wie das zuvor ich mach's einfach nur in der Mitte ich konzentriere mich jetzt mal mehr auf diesen Ball anstatt auf das Geld dann kann man mir nichts mehr vorwerfen Alter, ich seh nichts mehr totale Reizüberflutung Alter, du scheißt hier, der Forge, Basti Alter, was ist was ist denn los? ja, das war klar ja, so gefällt mir das, wenn immer mehr ja, genau 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 und jetzt, jetzt passiert das mal nichts, das ist immer tipptopp ich lass einfach mal die Musik laufen weiter alter 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 Alter, bleib bloß weg Aha, was war denn das für eine Kombi, ja? Ja. Och, ist das langweilig, wenn ich mal... Alter, fick dich, fick dich einfach nur. Das ist mein letztes Leben jetzt. Alter, ich weine dir gleich, ich weine dir gleich. So, und jetzt treff bitte diesen einen Scheiß. Nee, natürlich nicht. Jetzt wird das unnötig schnell, ey. Fick dich einfach, fick dich, Scheißspiel. Na bitte, mein Gott. Ja. Hm, hm, was ist das hier? Hä? Ach, du Scheiße. Ja. 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 Ach, ein Leben. Spielschlieb, bitte, ich doch noch. So, jetzt müssen wir den Ball nur dahin kontrollieren. Ja. Und? Ah, ja. Die geile Mucke wieder. Es ist spät am Abend, ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ach, auf jeden Fall, Success unserer Spaß, die da oben freut sich. Und jetzt geht's weiter mit Le Level. Ja. Oh, Alter. Ja. Wie kann man denn so'n Scheiß machen? Jetzt geht da in die fucking Lücke. Ja, na bitte. Jetzt hab ich mich aufgepasst. Ja, es war meine Schuld. Ja, jetzt geht's wieder direkt rein. Ab Hartz 1 umgestoßen. So. Natürlich, natürlich gibt's kein Herz jetzt. Boah. Na ja. So allzu schwer ist es jetzt nicht. Man muss sich halt bloß immer konzentrieren auf den Scheiß. Ich konzentriere mich sowas von ihr. Glaubt gar nicht, wie scheiß es ihr. Nee. Es ist jetzt wieder natürlich wie in jedem Löffel diese ein-block-Geschichte. Gott, 421 Gold. Das, das letzte geht auch zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so ugly wie die anderen. Oder wie meine Abonnenten. Ja, ich bin so schlau, ich stöße meine Abonnenten. Ach, ja. Kannst du jetzt mal sterben, bitte. Falls du nicht schon tot bist. Trotzdem kann ich dich besiegen. Mit einer Keramikkugel. Geh doch mal weg. So. Ich frage mich, wie der Endgegner hier... Oh, 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 da bist du. Wie der Endboss hier aussieht. Am Ende ist das so ein Supermonster, was mich one-hitted. Das bringt's hier voll in dem Spiel. Nein, aber was du den ganzen Bildschirm einnimmst. Alter, das Level ging mal schnell. Das ging immer noch... Ach, da ist Musik. Na, na, jetzt. Und noch einmal. One-time. Scheiße. Sinnlos verbraten. Das war jetzt Level 7. Okay, erst die Kisten. Erst die Kisten. Ja. Ah, geil, ein Leben. Nein, ich konnte das Leben. Tut mir leid, ich konnte das Leben jetzt einfach nicht einsammeln. Das wäre jetzt sinnlos gewesen. Da wäre ich nämlich gestorben. Also mit der Kugel. Und hätte ich das Leben dann bekommen, aber das hätte ich schon wieder aufgehoben. Danke. Entschuldigung, ist gerade husten. Das ist doch geil, wenn das so geht. Das ist doch lecker. Alter, das war jetzt perfekt. Das war jetzt wirklich... Der Tipp auf der Top. Ja. Ja. Hertha. Also nicht Hertha Berlin, sondern... So, jetzt in diese Richtung. Und wird es ein perfekter Run? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt trifft's. Ha. Scheiße, scheiße. Wow, man. Oh, man, ey. Fick dich, Spiel. Ich werde das nie... Ich werde das nie wieder spielen. Außer im God-Mode. Ist es der Wichs? Der ist natürlich nicht weg. Der ist natürlich immer noch da. Ich habe einfach nicht die Geduld hier für das Spiel, denke ich mal. Aber das Spiel kostet auch nicht viel. Habe ich, glaube, schon mal erwähnt. Deswegen kann man sich das mal holen. Und zum Let's Playen geht es eigentlich auch. So mittelmäßig. Aber es geht halt schnell. Wenn jemand ein schnelles Projekt braucht, dann... Ich will jetzt erst das eine Ding da drin. Ja. That's what she said. Schon wieder. Was die alles sagt, Alter. Ich höre meine Mutter im Hintergrund lachen. Wahrscheinlich guckt sie gerade sich meine Videos an. Und denkt sich, was ist das denn für ein Kackspast? Was ich da an die Welt gesetzt habe. Naja. Kann man ja nicht verübeln. Und da... Jetzt geht doch mal dort rein! Alter. Habe ich jetzt geschafft, dass der Ball für immer dort bleibt? Nein, der geht immer weiter nach rechts. Wo, 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 wo. Da muss man schnell handeln. Ich hasse mein Verfick... Ganzes Leben. Würdest du jetzt bitte so nett sein und in diese scheiß Lücke dort reingehen? Ach, es sind ja immer noch die zwei Dinger. Genau. Genau. Ach, mein Gott. Na, komm schon. Der Frustrated Pixel in mich... ... ist gerade... Ja. ... tipptopp. Nicht. Das war Level 8. Ach. Als erstes dort rein. Okay, ich krieg das hin. Stimmt, jetzt kommt das ja mit woanders raus. Ach, nein. Scheiße, Mann. Scheiße. Ah, fuck. Jetzt geh aber bitte da hoch. Du musst doch hochgehen. Okay. Ja, genau. Genau da hin. Ich verkack's zwar eh, aber... Ich muss jetzt mal gucken, wie weit ich komme. Man kann nämlich kontinuieren, auch wenn man dann kein Leben mehr hat. Meine Scheiße, ey. Das ist halt wieder anstrengend. Alter. Na! Alter, ja Da trifft wenigstens etwas Ja Und jetzt geht diese scheiß Kack, Mist, da Na, da Weiß man Bescheid Ah, scheiße Ich verkack's Okay Fuck this shit What the faggot Alter, alter, alter Scheiße, Mann Fick dich Drecksspiel nicht Und Das ist so dumm gemacht Wird der feine Herr Bitte in dieses Alter Alter, alter Jetzt stelle ich das, spiel mal mit der Cry-Engine vor, das wär richtig geil So Jetzt ist das erst mal Ja Scheiß auf die Magie Nein, scheiß jetzt nicht auf Magie Jetzt müsste ich so ein Einbauen Aber nein, das ist urheberrechtlich geschützt Von mir Ja Genau dann teleportieren die sich weg Ah, los Ja Das sind immer die schönen Killstreaks Voll durch, alter Ja, das, was ich bin Voll durch, alter So Kannst Sich mal bitte entscheiden Welchen Weg der Jetzt lang Gehst Das könnte man So eine Unendlich-Stupe Drausbauen Jetzt nicht mehr Toll Und jetzt geht's hier Schatzfatz das Level Und natürlich hab Ach, hab ja gesagt Scheiß auf Magie Jetzt hab ich den Salat Habt ihr eigentlich einen Salat? So Ja That's what she said So funny Ach, meine Schitte Jetzt kann ich mir Leben kaufen Ja 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 Genau Alter Wie scheiße war der Start denn jetzt? Ja Jetzt muss ich gucken Mit dem Leben Das möchte ich so gern zuletzt haben Und krieg's als erstes Ach Das hat funktioniert Ich bin der King Des Games, alter Hört auf das zu verkaufen Ich will nicht, dass jemand Besser ist als ich So Noch Eine Münze Ja Das ging schnell Und jetzt geht's hier Beim Äh Möchte gern Gesicht Weiter Ich hab keinen Plan Was das ist Was das ist Was ist los Was ist los Boogie Tja Da hab ich dich getoetet Und ich hab keine Schlüssel Deswegen komm ich noch nicht rein Ich glaub ich hab irgendwann mal gesagt Scheiß auf Schlüssel Wir haben genug Jo Da hab ich recht gehabt Genau wie die Mayas Gleich mal aufschreiben Das ist ein neues Unterrichtsfach Shit auf das Doomfuck Immer dieser Hyperbust der da kommt Oh ja Ach ja Ach Meno Fick dich einfach nur Du bist ein hässliches Gesicht Schieß in dich ein Ach Tipp Ich müsste nur reden immer wenn ich so ne Box treffe Ich hab das Gesicht schon so zu splattert Das nur noch ein Auge und ein bisschen harter ist Und ein bisschen Haut Blau Das ist nicht gerade sehr gesund so was Wenn man blaue Haut hat Es sei denn man ist ein Alien Und ist bekannt aus dem Song der heißt I'm blue da be di da be di Dann ist das wiederum normal Aber sonst Ja Da hilft doch kein Arzt mehr Oder man muss einfach aufhören Mit Luft anhalten Was mach ich denn Jetzt reißt dich zusammen Michi Ja genau Boah Da furt sich gleich wieder meine Feuerbälle Mein Hadouken Boom Weiß immer wem aber bei Camtasia Das einstellen kann Das ist schneller Schneller Dass das schneller Äh Also dass man da Zeit verdoppeln kann Das hier ist ja ne Kulicht immer Und dann muss ich ganz mehr reden Weil es hier gerade doch ziemlich Nicht gerade sehr lustig ist Jetzt geht da rüber Okay das war zu weit rüber Okay das war genau dazwischen Okay das war vorbei Ja Immer schön wenn man mal nen Siegtreffer hat So Ist es jetzt Level 10? Ja Wo 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 Du willst mir doch nicht sagen Das ist Level Weil vorbei ist Doch es ist vorbei So 853 Da ist die Krone ja nicht mehr weit entfernt Was ist das denn für ein geiles Level Und dahinter sind Kisten Oder wie Oh 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 Ja Ja Das Spiel liebt mich doch noch Spiel ich möchte dich wieder zurück Geben Nicht Okay okay Ich sehe immer noch irgendwelche Kein Plan Runde Blitze Und Ah verdammte shit Ah ja die Musik steigert sich Musik toll In solche wunderbaren Tonhöhen So 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 Ja Ja Ah es läuft wieder gut mit dem Leben Ich kann natürlich nicht hier produzieren Jetzt muss ich das perfekt Nee 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 So was das nicht Okay Okay Ja Das ist jetzt auch ne uncut Version von den Let's Play Also schnell da nichts raus Ich fick Hier Kle Alter Was hab ich gemacht Ich ver Alter Doch ich schneide das jetzt Das ist doch nur AS ASK genau 16 Wir sehen uns gleich wieder Wenn ich die Kiste zerstört hab So Ha Ging ganz schnell Waren es eigentlich nur so ungefähr 5 Sekunden Trotzdem rausgeschnitten Jo Jo Und Ja Totenköpfen Genau So Ja Lief gut Jetzt ist es nur noch ein toten Köpfchen Scheiß Spaß Was willst du machen Was willst du machen Sterben kannst du Sterben Ja das was du jetzt bist Was ist denn In dem Let's Play internet Jetzt mal meine Gesangskünste kennt Ah, was make ich denn? Und wieso kann ich nicht teleportieren? Oh, oh, oh. Ah, jetzt, jetzt geht's los. So. Das Rambo-Theme, ich glaub, das war Rambo, ich hab keinen Plan. Wieso bin ich denn auch immer so schnell? Hä? Naja. Ach, fick dich einfach. Du bist nicht mehr mein Freund. Nee. Einfach nur nee. Das ist doch schwul. Das ist doch einfach nur scheiße ärgerlich. So. Ich bin schon mal sehr froh, dass das Level 12 ist. Und mein Kommentar sagt gerade mehr als zwei Schwule, die im Pornodrehen da die 69er-Stellung machen. Aber, das ist mir egal. Aber, das ist mir egal. Hört euch lieber, dass... Das möchte gerne Rambo-Theme einfach. Was sind denn das für Dinger schon wieder? Feuer in Blitzen, oder wie? Komm, das Auge muss mal kaputt gehen. Das Ei. Auf der Tiger. Ich hasse mein ganzes Leben. Perfekt ist perfekt hier. Ich versteh einfach nicht, wieso ich zu dumm bin, dieses Spiel zu spielen. Penis, Penis, Penis. Und was? Wie? Wie kommt das denn? Sorry, jetzt. Ah, jetzt Magic Trick. Boah, Alter, jetzt. Ich schier dir da aber ab. So. Boah, das war Magic Doppeltrick. Ich könnte da neue Tony Hawk sein. Okay, wegen den Dingers ist das so verdammt schnell. Ich verstehe. Ja, da kann, da kann man einfach nichts mehr machen. Spiel, 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 spiel. Ich mache ja die ganze Zeit das Spiel dann, aber spiel es mal weiter, hey. Ah. Ich bin gleich schon wieder tot. Da muss ich den Part wahrscheinlich doch nochmal splicken. In, halt. Keine Ahnung. Nenne ich den einen Part, halt, Part 4. Das andere ist das Finale. Aber die kommen dann, doch, die kommen an zwei Tagen zu erschieben raus, halt. Ah, man, ey. Ihr müsst mich trösten in den Kommentaren. Ihr müsst da schreiben, was für ein cooler Let's Player ich da bin. Ja. Ja. Ender. Willst du mir jetzt sagen, dass du wieder lagst? Will meine Festplatte mir sagen, dass sie voll ist. Wenn ja, dann bin ich ziemlich angeschissen. Wow, 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 wow. Ja, komm, komm, komm. Diesmal maiden wir es. Ah, das war fucking knapp. Es fuck. Nicht es fuck, aber es fuck. Mann, ich verkack diese schwule Dreckscheiße nochmal. Ich werde, also, ich mach hier bald einen Allotricks. Oder an so einen Inscope 21-Schwuchtel-Wichser. Oder sogar noch diesen komischen... Kein Plan, den hat man nochmal gepostet auf Twitter. Das war so ein Spasti, der mal ausgerastet ist. Wahrscheinlich, weil das bin oder Spasti ist, die ihre scheiß Emotion nicht... Aber es gibt wirklich Let's... Also, kein Let's-Player, es ist ein scheiß Commentary-Menschen. Der einfach nur totale Voll-Honks sind. Einfach total scheiße. Und ach du meine Kacke. Was geht denn hier bitteschön ab? What? What? Alter. Alter. What is happening? Der sieht auf jeden Fall... Der sieht ziemlich cool aus. Alter. Bist du der Senzer? Mann. Ha! Voller Schlauers. Nee, Michi, das ist ein Elefant. Da kann ich nichts machen. Da kann ich einfach nichts machen. Na mal... Ja. Ja, na mal schnell. Das letzte Mal, kontinuieren. Oh, das war sogar ziemlich gut. Alter. Ach, Spiel, wir haben so eine gute Beziehung. Unsere Höhen und Tiefen und trotzdem halten wir hier zueinander. Zumindest ich zu dir, bis du es wieder verkackst. Nicht ich. Das liegt an den Surfer. Weil man hier auch online spielen kann, ja. Nee, kann man nicht. Jetzt treff, komm, komm. Treff, bitte. Bitte. Ja, ja, ja. Immer diese wunderbaren Doppelhits. Manchmal ist der sogar unverwundbar. Aber fang ich bloß wann? Ach so, wenn ich... Wenn er denkt, er meint jetzt mal, es unverwundbar zu sein. Okay. Okay, aber da hab ich auch kein Problem mit. Du hast nur noch drei Striche, Freundchen. Da kann ich wieder nichts machen. Ah, Mann. Nee. Komm, komm, komm. Ich weiß auch nicht, wie die... Hitboxen von diesen... Dinger da sind. Und ich treffe einfach nicht mehr. Was ist da los? Ja, jetzt wieder mal. Und noch zweimal treffen. So. Schön ausgewichen. Und einmal... Ja! Ich kann natürlich auch so besiegen. Olle! Wow! Das war immer ein cooler Endboss. Und es gibt noch... Die Netherworld. Ah ja, die mach ich dann im nächsten Part. Warte, ich gucke jetzt noch mal in den Store, ob ich da was... Ähm... Okay, es ist doch nicht Finale. Hier ist aber alles aufgebaut. Da muss jetzt nur noch das da unten. So. Without the water meal... Without the water meal... Ja, ja. Ja, ja. Die verhungern schon nicht. Aber hier trotzdem. Wir haben ein extra Leben bekommen. Das ist immer schön. Ja. Klar, ist mir egal, was du willst. Ich hab auf jeden Fall... Ich hab Geld. So. Keine 50 für dich. Und schon wieder extra Leben. Heute ist ein großartiger Tag für Treyraud. Danke dir! Diese Stadt wird noch einmal verbrannt. Und noch einmal ist es verbrannt. Btw. Wir haben dieses Amulett-Pieße in der... ...Depriss. Genau. Du hast das Feuer-Amulett-Pieße. Hach! Wir haben das ganze Dorf wieder hergestellt. Ist jetzt wieder alles hier. Wunderschön dreht sich das Mürrad wieder. Schauen wir mal hier rein. Oh! Sieht da ziemlich cool aus. Ja, ja. Genau. Ist mir egal. Ich hör dir eh nicht zu. Spätestens in einer Minute hab ich's vergessen. Und hier sieht's auch wieder schön aus. Die Kuh. Ist wieder drin. Ja, da oben hat sein Zelt. Der Hobo. So. At least my daughter now has a decent place to live. Genau. So, ich guck noch mal zu den Freund da oben. So. I'm telling you, simple living is the best living. Das ist... Von mir aus kann das so sein. Ich mach jetzt Schluss mit... Part 4 oder 5. Kein Plan, wie lang das ging. die Leerländer will je länger ich rede desto mehr Zeit verschwende ich noch extra das war meine Meinung mal kurz zusammengefasst dann mache ich dann doch das Finale das mögliche Finale im nächsten paar der nächsten zwei Parts und das war es mit Wissau